Die Mundlaute-Tabelle wird den Kindern helfen beim Sprechen lernen, Lesen und Schreiben lernen. So, und was braucht dieses System? Zuerst einmal eine Tabelle, damit wir wissen, welches Bild passt zu welchem Buchstaben. Und das habe ich natürlich hier gemacht. Hier ist sie komplett und hier ist sie nachher im Detail. Und da kann man natürlich nachher, wenn man das ein Klick gehört hat, auch die Buchstaben reinschreiben. Und das fängt wirklich mit dem A an und hört mit dem Z auf. Und dann hier findet das Ganze in groß statt. Und zwar einmal erklärend mit Buchstabe und Bild. Und hier natürlich zum Ausmalen, damit man Spaß da beempfinden kann. So, und da hinten habe ich das Ganze natürlich dann umgesetzt in einem kleinen Quiz. Das heißt, diese Bilder ergeben ein Wort. Und die Kinder werden, wenn sie das durchgearbeitet haben, spielerisch, das da übersetzen können. Und mehr im nächsten Beitrag. Bleibt's dran! Und da hinten. Und da hinten. Vielen Dank.